Übrigens, wissen Sie, was hier drin ist? Sie glauben es wahrscheinlich nicht. Da ist auch ein Schiff drin. Und zwar ein ganz kleines Schiff. Ein Mikroschip. Und wir haben noch viel mehr Mikroschip für Sie mit einem zauberhaften Schiffchenbauer. Als Kind wollte Peter Koppel eigentlich Elektriker, Lokführer, Polizist oder Söldner werden. Enthaltestelle Olympiapark. Acht Minuten Pause. Jetzt entfaltet sich das zweite Leben des Peter Koppel. Während die anderen Kollegen rauchen und neue Fahrgäste zusteigen, kann er sich endlich seinem kleinen, aber außergewöhnlichem Hobby widmen. Er greift in seine rechte Westentasche und fängt an, fleißig zu produzieren. Kleine Papierschiffchen. Er nennt sie Mikroschips. Für mich ist Busfahren eine kontemplative Tätigkeit. Man sitzt da im Bus, auch an Enthaltestellen. Das ist ja auch für mich als Produktionsfaktor wichtig. Weil ich natürlich an der Enthaltestelle baue ich jeden Monat 500, 600 Mikroschips. Weil man verbringt doch, also trotz aller Rationalisierung müssen sie uns halt Wendezeiten einräumen an den Enthaltestellen. Und das ist natürlich meine Hauptwertschöpfungsphase als Mikroschipproduzent. Wieder zu Hause beginnt dann seine eigentliche künstlerische Tätigkeit. Er arrangiert die tägliche Papierschiffproduktion zu geometrischen Mustern und klebt sie fest. Circa 200.000 Einheiten hat der fixe Falter in seinem Leben bereits vom Stapel gelassen. Dabei war Peter Koppen nicht immer nur Busfahrer. In Australien jobbte er als Küchenfahrer und Bankangestellter. Und in Berlin wollte er mal studieren. Hier konnte er sich zum ersten Mal so richtig entfalten. Ich habe ungern mitgeschrieben. Und ich habe aber in der Zeit, da lagen irgendwelche Flugblätter rum, dann habe ich das halbiert und nochmal halbiert und wieder halbiert, bis aus dem DIN A4 Papier dann DIN A14 Papier geworden ist. Und dann habe ich dann nach der Vorlesung, nach anderthalb Stunden, waren halt ca. 30, 35 Schiffe auf der Bank gestanden. Originell auch die Titel, die er seinen Werken gibt. 175 Typ 1 Mikrochips in Zentralschaltung. Typ 2 Mikrochips in kontrollierter Wirbelschaltung. 117 Mikrochips vom Typ 1 im mittleren Analogspeicher. Der Dessauer Speicher. Und die große gelbe Zentralschaltung für 2.500 Mark. Peter Koppen verkauft seine Faltkunst nicht nur an Zahnarztpraxen und Hotels. Er stattet mit den Mikrochips ganze Computerfirmen aus. Papierschiffe haben mit der Computerindustrie eigentlich nichts zu tun. Aber wenn sie Mikrochips heißen, sind sie ganz brandaktuell für die Computerleute. Ein übergeordnetes künstlerisches Ziel verfolgt er nicht, der Irokese von der Isar. Da soll ja in dieser tristen Welt irgendwie ein paar lustigere Kontrapunkte gesetzt werden. Und ich hoffe, dass wenn die Welt untergeht, dass ein paar Mikrochips übrig bleiben. Danke. Danke.